Jetzt geht es um Unterwäsche. Wir sind hier am Baci Lingerie Stand und schauen mal, was hier so los ist. Was würdest du denken, dass man black oder red für eine Frau? Ich denke, dass es auf der occasionen зависит. Wenn wir die Weihnachtszeit sprechen, vielleicht Valentin, red ist für sicher die Farbe. Aber wenn es vielleicht date night oder du willst etwas speciales für deinen Mann, dann ist es definitiv black, was du willst mit. Black ist sexy. Okay, ist es eine Staple-Pieße, die jede Frau in ihrer Handys drawer sollte? Ich denke, ein Paar von wirklich sexy, crotchless Pannies ist ein Muss. Ja, wir haben unsere Vol. 3 von unserer DREAMS-Kollektion. Ich zeige euch eine der besten Pienste. Das ist unser Army Girl. Was ich mag daran, ist, dass es ein Unique Style ist. Es ist super sexy. Und du kannst wirklich kontrollieren, mit deinem Mann zu tragen. Das ist ein Schmutz. Und dann, wenn du sie anst, dass du die Hauser gegründetst, die kompletten, die Worte für die Farbe ausfälle, dass du sie wirklich komplett ausfälle, die Verlust empfälle empfangen. So, ein zweit-favorite-Kollektion piece ist der Krono-Gerl. Ich zeige euch. So, wie süß ist das? Du hast die kleine Lachen. Du hast die kleinste Kuteste, die mit einer Böden auf. Es ist einfach sehr adorabel und wird wirklich sehr gut auf jemanden. Und dann der dritte, ich zeige euch. Es ist die cuteste Maid you'll ever see. Sie hat eine kleine Garter, aber absolut sehr adorabel. Untertitelung des ZDF, 2020